Ich habe mir auch mal so einen Satz kommen lassen, aber ich weiß nicht, wie viele waren. Auf jeden Fall, wahrscheinlich ein paar. Die Typen, wenn ihr die Gäste mal hinkstellt, findet ihr schon mal das Essen zu machen? Die sind die Schlechtel? Ja, das ist so. Man hat so eine Treppe gebaut, voll mit Kuhren und alles so. Echt? Wollte. Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank.